Wir kommen zurück zu TTT. Mit den anderen spielen wir auf dieser Map. Wann willst du dich gerade über TTT-Spiel lustig machen? Ja. Lass mal mit 30 anderen Leuten TTT spielen. Rik hat gerade vorgeschlagen, dass wir TTT mit 30 Leuten spielen. Das war sehr gut. Wollt ihr mal mitspielen, meine Freunde? Schreibt es in die Kommentare. So ein richtig großes Stream mit unseren Zuschauern. Geil. Boah, das werde ich feiern. Oder Maeve? Das wäre nur so gemützelt. So, meine Freunde, wir sind hier. Hier waren wir schon lange nicht mehr. Hier vorne gibt es zwei Stück, oder? Es gibt generell mehrere Team-Rooms. Oh, wer fliegt denn da oben? Der Detective. Der König! Richtig krasser Dude! Auf Wiedersehen, meine Freunde! Ich bin ne Scheiße, ey. Der hat mir grad vorgestellt, wieso Moggy mit dem Gesicht in die Scheibe gedrückt ist. Irgendwie macht mich das traurig, dass der Typ draußen so am Bomben sitzt und so nachdenklich ist. Das ist noch zwei. Ich versuche mal ihn zu besuchen. Die sehen auch ziemlich deprimierend aus. Wir sehen tot aus. Die sind im Inneren schon lange gestorben, Maeve. Schon lange. Ich warte noch drauf, bis Moggy stirbt. Oh nein! Oh nein! Oh nein! Hat sich erledigt, Mog. Was ist passiert? Es ist da zu tot. Wow! Was ist passiert? Guck mal, Maeve, mein 1a... Ich hab das Bild kombiniert. Nee, bei mir nicht. Doch. Bei mir ist der Kopf genau da drüber. Seid ihr denn? Na Maeve, du hast gar keine Ahnung. Da oben läuft einer hoch. Ja, was geht, Leute? Ja, was geht. Ist jemand schon gestorben? Ja, ich hab keine Ahnung. Moggy? Ist er echt gestorben? Ja. Wow. Nicht. Ja, ich hab doch gerade gesagt, ich bin runtergefallen. Deswegen hab ich gesagt, mmh, unschön. Wie wirft ihr mal was? Ich hab ne Disco geworfen. Achso, ja. Ich geh mal kurz ins Infizieren. Achso, du warst das, okay. Für die Statistik. Mir wurde noch was geworfen. Nee. Was ist runtergefallen? Wolltest du grad einen runterschmeißen? Ich wollte ihn schubsen, ja. Alter. Alter. Ich geh nicht mal ran. Ich weiß nicht, was das soll. Hör auf mich zu hauen. Keggy? Will Keggy Stress? Ich weiß nicht, was ich in der Situation tun soll. Ich würde einfach springen, Fully, wenn ich du wäre. Ja, das hab ich mich schon öfter gefragt. Ja, dann spring doch einfach. Nein, ich hab noch was. Nein, provozier mich nicht, Keggy. Wer fehlt hier eigentlich jetzt? Der Maeve. Eigentlich nur Maeve. Wieso fehlst du Maeve? Ich suche den Graveling Hook. Wieso? Alter. Ach, den von Morty oder was? Ach, der hat einen Jetpack gehabt. Ich würde sagen, wir springen jetzt einfach alle und wer überlebt, wäre ein Glück. Ich bin dabei. Hebe. Okay, wir springen jetzt alle. Ja, komm. Hier, wir gehen jetzt an der Kante. Jeder kann springen, wie er will. Okay. Ah! Ich bin angeschossen. Oh, das ist nicht gut, ne? Okay. Fully. Wo kamst du her? Wo kamst du her? Wo kamst du her? Woher kamst du? Aus der Luft? Ja, ich bin geflogen. Ich habe einen Jetpack von Mogi geholt. Oh nein! Ich hätte die G-Hack nehmen sollen. Ich habe auch zu den A-Scanner von Mogi. Wollen wir mal hier ein bisschen scannen, ne? Dann kann ich nicht. Oh Mann! Ich habe das Gefühl bei der DNA von irgendjemanden auch auf ein paar von diesen G-Sits finden. Ricky, das hätte eine gute Runde werden können. Ja, ich hätte... Was ist mit dir passiert? Ich bin Honda gefallen. Oh nein! Oh nein! Ich habe ja gesagt, lass uns springen. Ja, und ich dachte, die Idioten springt jetzt. Und dann dachte ich mir, Leute. Ich bin gesprungen. Ja, und dann hat Ricky auf einmal losgeschossen. Er hat halt alles ruiniert damit. Ja. Das wäre halt echt lustig gewesen, wenn alle gesprungen wären und keiner hätte gedacht, dass Maeve so einen Jetpack hat. Ja, und einer muss natürlich jetzt wieder kaputt machen. Ich will jemanden anschauen, aber... Ich habe meinen Übeltäter gefunden. Fully. Fully. Hä? Nein! Er hat als erstes losgeschossen. Ricky, glaube ich, hat als erstes geschossen, oder? Niemand mag petzen. Niemand mag petzen. Niemand mag petzen. Fully. Könntest du mich vielleicht auch mal unterstützen? Weißt du? Deswegen funktioniert unsere Beziehung nicht. Du unterstützt mich nie. Ich weiß. Fully. Ich bin Detektiv aus dem Weg, Bitches. Hey Maeve. Ich bin jetzt dein Bodyguard. Ich mache jetzt alles, was du sagst. Du tust jetzt alles, was ich sage. Springer runter und stirbst. Ich will, dass du... Runterspringst und stirbst. Was mache ich mit dir? Springen und sterben. Ich will das auch. Wicky, da unten dieses kleine Lego-Haus. Siehst du das? Ich bin runtergeschlagen von Maeve. Nee, stopp. Geh in das Lego-Haus und dann bleibst du die ganze Runde jetzt unten. Okay. Die ganze Runde. Hey, 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 hey! Lass mich runter ankommen. Maeve, was solltet das? Ist dir jemand runtergefahren? Morgi war gerade im Traitor-Schar, aber ich kann mich da nicht... Ich habe diesen Kompopulator runtergebracht. Willst du mich verarschen? Was willst du für Pseudostraitor-Shabbing betreiben? Was willst du für Pseudostraitor-Shabbing betreiben? Fick dir. Ich will dich nicht runterschubsen. Warte, ich gehe gerade ins Lego-Haus. Warte. Und ich bin im Lego-Haus. Und er bleibt jetzt. Okay. Morgi. Wenn ich dich sehe... Ah, lol! Ja. Warte, ist jemand gerade runtergefallen? Morgi, können wir darüber reden, dass du hier einfach rumfliegen? Nein, können wir nicht. Können wir darüber reden, dass du mich gerade angeschossen hast? Ich habe Morgi getötet, aber ich habe gerade den Kopfhörn. Ich habe gerade den Kopfhörn gekappt. Du bist außerhalb des Lego-Hauses. Ich darf da nicht hin. Aber ich habe Morgi getötet. Morgi. Naja, er hat nicht gegen die Regeln verstoßen. Das ist ja gut. Ich vertraue Maeve, ehrlich gesagt. Ich habe Morgi... Ich will mir das Jetpack von Morgi. Du holst hier gar nichts, Maeve. Bleib hier. Maeve, bleib hier. Ich habe Morgi getötet, aber ich darf nicht ins Lego-Haus raus. Warum schießt du auch nicht? Ich habe ihm gesagt, er soll hierbleiben. Und ich sagte, er stirbt. Ha! Das ist gerade natürlich nicht unbedingt gut. Aber Hauptsache, du bist noch in deinem Lego-Häuschen. Ich bin doch immer im Lego-Häuschen. Das ist ja gut. Morgi ist wie gesagt tot, aber ich kann ihn nicht confirm. Der ist auch immer im Lego-Haus. Ich bin im Lego-Häuschen. Ja, das ist sehr gut. Bleib da auch, bitte. Ja. Da hinter mir. Auf der Seite ist er. Bleib im Lego-Häuschen. Bleib im Lego-Häuschen. Ja, damit du... Ah! Clay! Komm raus, Ricky! Du darfst raus! Okay! Time to rock, bitches! Ich hoffe, das ist nicht der Traitor. Ich hoffe, das ist nicht der Traitor. Ich hoffe, das ist nicht der Traitor. Komm zurück, komm zurück! Warte. Wir dürfen da nicht rein. Wir dürfen da nicht rein. Wir dürfen da nicht rein. Warte, warte. Warte, warte. Warte, warte. Ich versteck uns. Ich hab meine Disco nicht getroffen. Lass uns einfach nach oben gehen. Warte mal. Mogi hat ein Jetpack. Stimmt. Habs. Okay, lass uns nach oben gehen. Was ist das? Ist das eine Silence-AVP? Warte jetzt eigentlich, ne? Die Frage. M-m. Lass uns nach oben gehen. M-m. 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 Du bist doch ein Affe, ne? Anstelle mir zu sagen, wo er ist, erzählst du mir grad deinen Munitionsstand. Was interessiert mich, wie deine scheiß Munition war? Noch zwei Reserve-Magazine. Ja, hätte er aber Reserve-Magazine gehabt. Keine Reserve-Magazine. Clay? Ja? Sag mal, wo du bist. Mal gucken, wo Keggy... Nur so einen Tipp. Gib mal einen Tipp. Ach da, Keggy, hi. Ach da! Er kann fliegen. Dieser Hin... Alter. Hat Engel. Keeggy... I can fly! Geht er? Ja das geht. 54 Sekunden, ne? Arraadaradaaadadada! Nein!!! Nein, das waren 2 Minuten und 50 Sekunden. Oh, das bringt auch... Ich halt mich fest! Alter! Will ich da an der Decke hängen? Ich falle nicht! Ey, ich möchte anmerken, ich habe meinem Jetpack viel Gutes für diese Runde getan. Ja, und ich hab nicht, ich konnte ja nicht kaum färben so früh. Ich konnte auch schnell nicht raus aus dem Leben. Ich wollte ja bei mir übrigens bei dem Jetpack einfach mal loslegen und schauen, ob irgendjemand das bemerkt. Ja, ihr habt das bemerkt, aber ich war gestern, dass Ricky noch da war und dann ist alles schrecklich schick gelaufen. Du hast auch letzte Runde viel Gutes getan mit dem Jetpack. Das stimmt. Das Jetpack ist besser als der Grappling Hook, um das mal so zu sagen. Ja. Ach, was? Beim Jetpack kann man nicht tatsächlich sogar noch das Spiel spielt, wenn man das hat. Da hat man ne Beetleberg-Kontrolle, finde ich. Im Grappling Hook, da fliegst du durch die Gegend und äh... Ich hab den MP5 jetzt rausgeholt, jetzt wird gebumst. Äh, Ricky. Das, was du meinst, ist MP4 und das sind Videos. Ja. Ich weiß nicht ganz, was MP5 ist. Ist das doch mit Geruchsübertragung? Nein, MP5 ist ne Waffe, die die Cops die meiste Zeit haben. Ja, nee, Ricky. Ricky, ich glaube, ich glaube, ARP. Ich glaube, MP5 steht für Multiplayer-Pistole 5. Ja. Ja. Oh, nein. Leer-Pistole. Hey, Leute. Nehmt euch in Achtet! Hey, Havada! Pass auf, da fliegt einer. Als ob Mock jede Runde um sich nirgendwo fliegen kann, ey. Hallo, Bertalt-Bürger. Hallo, Mocky. Maiv. Ey, wer fehlt? Maiv und Peggy fehlt. Maiv ist nicht unten. Verzeih mich, verlasst euch nun. Auf Wiedersehen. Da fliegt er! Wo ist die Welt? Oh Gott. Alter, er klatscht gleich gegen die Fensterscheibe. Ich nehme! Wie so ne Fliege! Schaut ihn euch an. Der größte Held in deiner Welt. Was macht ein Keggy hier ohne Waffe? Ich hab ne Smoke geworfen. Ich hab ne Smoke geworfen. Ich hab ne Smoke geworfen. Wow. Dann werfe ich auch mal was. Komm mal zurück, Keggy. Was denn? Legt was am Boden für dich. Nein. Haha, du ekliger. Legt ihr eine AWP angeblich. Leute, habt ihr's gehört? Ich weiß nicht, ich hab ein Clay gehört. Oh Gott, brennt hier alles. Können wir darüber mal reden. Mein Gott. Wah! Okay, Ricky. Äh, Keggy. Ich kann mal nichts machen. Ich muss nachladen, verdammte Kacke! Er lebt. Als ob er noch lebt. Ah. Ricky, ich hoffe, du hast irgendwas gemacht. Nein! Und nach vorne! Sehr gut. Da wusste ich, dass ich noch nebenstehe, oder? Ich hab's so verkackt. Ich lieg tot aufm Boden und krieg ne Steam-Nachricht von Ricky. Beleb mich wieder. Ich lag halt oben, das ist ein Problem. Das war halt der Stream-Delay, der hat ein bisschen gedauert. Scheiß. Ne Steam-Nachricht von Ricky, belebt mich wieder. Kannst du mich mal wieder beleben? Ich wollte sich vor allem andere fragen. Buff please. Buff please. Buff please. Buff please. Hey, jetzt hätt ich wieder Bock auf WoW. Ich war immer so einer, die schrien nur Buff please. Das dachte ich mir. Ja. Hey du, willst du meiner Gilde beitreten? Nein! Hey, willst du meiner Gilde beitreten? Nein! Hey, tritt doch meine Gilde bei! Nein! Trett meine Gilde bei! Nein! Angels of Allianz, komm, tritt bei! Okay. Angels of Allianz, Mann, klingt das scheiße. Meine Horden-Gilde. Nein! Ich lebe für die Horde! Clay is tra- äh, hier, wie heißt das? Clay is traitor. Detektor, ja. Clay is traitor. Wie hieß das so mal? Ach, traitor, ja. Okay, also Clay töten. Der Clay kann nicht traitor sein, das ist der Detective. Ach, Fully, du bist aber ganz ein Held. Richi? Ich trau mich nicht so an. Wieso können die doch alle fliegen? Au! Die hab ich geworfen. Warum? Weil die sich alle Jetpacks kaufen. Warum tust du das? Das Auto brennt. Warum brennt das Auto? Au! Au! Warum tut ihr das? Ihr verpasst die Action. Wie habt ihr das geschafft? Das ist unten, 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 unten. Das ist nicht fast tot wegen euch. Ich auch. Es war wegen mir. Wer ist in der Obacht? Der hat nur die gerade geweint. Hey! Nein! Okay, Keggy. Ohoho, der Schrei! Alter! War der andere? Waaah! Hat jemand runtergefallen? Schade! Ich wusste es. Wer war der andere? Du! So ein ekliger. Na, Ricky? Es konnte nur noch Stu sein. Jetzt haben nur noch du, Clay und ich geliebt. Und dann Clay. Und dann Clay. Und dann das Detective ist. Verstehst du? Als ob du das so schnell schaltest. Doch, da klar. Gibt's einfach Zuri, das war ein Random Kill. Nein. War geplant. Nein. Nein. War kein Random Kill. Nein. Superman. Ich hab irgendwie das Gefühl, in den letzten Runden sterbe ich einfach nur irgendetwas gemacht zu haben. Ich hab das... Oh nein! Erzähl dir das nicht, dass ich das gemacht hab. Was hast du gemacht, Ricky? Ich hab vielleicht ein Tablet zerstört. Ich hab vielleicht ein Tablet zerstört. Ein Tablet? Ja. Oh, Mama will so sauer sein. Ja, erzähl dir das nicht. Mama, erzähl dir das nicht. Das war das neue Silbertablett. Von Villaroy und Boch. Von was? Von Villaroy und Boch? Kennst du das nicht? Warum ist hier so ne Versammlung gerade in den Tuchel? Was ist passiert? Wie konnte die Scheiße passieren? I'm out of here. Du verstehst nicht. Wo seid ihr denn? Hier, hier, ne. Pulli schießt. Hä, ich hab nicht geschossen. Ne, Moggi ist es. Leute. Hey, ich hab nicht geschossen. Ach ja, ok, ok. Schießt nicht unbedingt. Ricky ist es. Ok. Ha. Fotze. Siehst du? Du bist doch ekelhaft. Tigi war nicht hier. Oh, das hätte so leicht klappen können. Hast du das gesehen? Hey. Gute Runde, Tigi. Weißt du, Moggi, als du angefangen hast, alle umzubringen, war ich im Traitor-Shop, um eine Honig-Renee zu kaufen. Ey, ich wollte, ich konnte nicht sehen, dass du im Traitor-Shop warst. Warum? Ja, aber ich dachte mir so. Ich hab schon gemerkt, dass da eine gewisse Unterstützung gefehlt hat. Ich dachte mir nur so, hm, der hat jetzt nicht gerade angefangen loszuschießen, während ich mir Equipment geholt hab, oder? Natürlich, wir waren 2 gegen 2 und ich hab Ricky sofort gewonnen. Das heißt, wir waren dann 2 gegen 1 gewesen. Ich hab noch gelebt. Ricky hat gelebt. Echt? Ja. Achso, ich dachte, das waren Clay und Ricky da. Ja. Wir waren zu dritt und Dave, Clay und ich. Wir waren zu dritt? Ich war ganz hinten gewesen. Oh, ich dachte, wir wären zu zweit gewesen. Nein, wir waren zu dritt. Nein, das waren 3. Oh, ich hab Monopoly-Geld gefunden. Nice. Cool. 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 Ey, das ist ein Stapel-Filmer und ein Stapel-Einser, okay? Na, Ricky kommt los. Alter, ich mag Stapel-Filmer. Jetzt. Ich auch. Oh, ich bin die Tactics. Genau, Clay! Warum hast du gerade eine Pistol-Einigung gehabt, Maeve? Lass los, Keggy. Das ist halt Clay, ist das? Boah, Maeve fließt noch weg. Ist das jetzt Maeve oder Clay? Sag mal Maeve, was sollte das denn? Soggy, flieg, flieg! Ja, verpenst mich doch mehr, wo die da steht. Na super, das sieht gut aus. Flieg weiter! Warte, 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 warte. Ich hab gesagt, du wartest kurz. Nein. Ich hab gesagt, du wartest kurz. Warte doch mal auf Maeve. Häng ihn auf. Maeve, der ist nicht so schnell, Mensch. Oh mein Gott. Warte, warte, warte. Warte! Ich hab gesagt, warte kurz. Warte, ich warte. Der hängt noch nicht richtig. Ich kann nicht mehr abmachen. Was soll ich? Warte auf Maeve! Aua! Okay, ich geh dann mal, ne, Moggy? Okay. Okay, gut. Cool. Oh, wer bist du denn? Was? Ach, Maeve. Oh, das ist voll schön. Der war Traitor. Okay, Fully. Bei zweitmal klappt es wenigstens. So, da müssen wir noch Maeve holen. Ich kann Radar kaufen, warte. Siehst du, hab ich auch keinen Traitor-Shop, wo ich reinkomme? Maeve ist unter uns. Ne. Das ist unangenehm. Ich weiß nicht, ob es clever wäre, ihm zu folgen. Ähm, wie kaufe ich so ein Flugding? Weitere Fully, ich bin... Du meintest du eine Amazon-Drohse? Ja, genau. Oh, Moment. Oh, nein! Sorry! Oh, ich dachte, da ist gerade der Leiche runtergefallen. Ja, ich dachte gerade, du wärst Maeve. Wo ist denn Maeve? Das kann doch nicht sein. Da ist gerade der Leiche runtergefallen. Wer ist da hinten? Oder ist das? Ebt der noch? Skaggy. Jetzt ist er tot, aber warum hat der auf mich geschossen? Was sollte das denn? Ernsthaft? Was sollte das? Oh, lol. Warum hat Keggy auf mich geschossen? Ich hab nicht auf dich geschossen. Das war Maeve. Er war disguised als Keggy. Oh, ich hab ihn doch erschossen, oder nicht? Guck mal, Fully. Warum erzählst du dem Trailer eigentlich genau, was und wo ihr wo macht? Was? Aber? Du erzählst immer den Trailer genau? Ich dachte, warte mal runtergehen. Wollen wir diesmal erzählen doch gleich. Hallo, wir kommen jetzt. Du kannst auf uns schießen. Morgi hat doch gesagt, Maeve ist genau unter uns. Und ich meinte, wäre es wirklich clever runterzugehen. Genau. Immer. Ja. Ich hab nicht gesagt, wo wir waren. Doch. Na, ich hab Maeve am Leben gedacht. Ich wollte mich sehen, was er vorhat. Hm. Neue Runde, neue Geschichte. Genau, Fully. Der erste DVD kam von Madagaskar. Öh, Geschichte. Äh, Ricky, wie geht's den Zahn? Madagaskar, ja mann. Der erste Teil war voll gut, der zweite gar nicht mehr so. Aber den dritten hab ich gar nicht gesehen. Ich hätt den zweiten gar nicht gesehen. Also ich weiß, dass die Serie gab die Pinguine aus Madagaskar und die waren ziemlich, ziemlich schrecklich. Ich fand die hart unlustig. Ich fand die auch schrecklich unlustig. Ich fand die Pinguine an sich immer schrecklich unlustig. Aber ich denke, die Sache ist, Madagaskar ist das einzige, wofür man die Filme kennt, ist sowieso, ihre Verwendung von We like to move it, move it. Genau. I like to move it, move it. 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 Der einzig coole Charakter war Kalee Moore. You like to. King Julian? Ja. Move it! Der war super. Der hat der Rap-Battle-Toniert. Der hat ja auch das... Der hat ja auch das Süße gesucht. Was war das? Was hätt ich gerne? Ich glaub das... Ich glaub das... Ich glaub wir wollen... Achso, nein, ich wollte an die... Ah, hier oben liegt jemand! Ja. Keggy. Hat er sich selber umgebracht? Ach, Keggy bringt dich doch nicht immer selber oben. Na, wenn er oben liegt, sollte er sich selber umbringen. Das macht ja keinen Sinn. Das ist mein Heldenweg. Ich hab keinen Sinn. Das war ein Bananen... Äh... Ich wollte gucken, wie das unten ist. Ich wollte gucken, wie das unten ist. Ich wollte gucken, wie das unten ist. Okay. Also auf den Batman-Film. Der, 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 der... Batman! Er ist... Fuck! Ich guck mich oben, Ricky. Du hast grad kurz überlegt, ne? Ey! Oh! Ich konnte dich anders. Ich konnte dich anders. Ich bin, ich bin zwar tot, aber ich möchte kurz anmerken, dass Fully auf dem Batman-Cover gelandet ist. Jetzt! Klai lebt noch! Ich höre! Ich höre! Hätte ich dir mal den Text gekauft! Vor allem, du warst auch noch Traitor. Du ekelhafter! Du dräckiger! Sollte ich jetzt sonst Runterschutzen, wenn ich kein Traitor wäre? Das war ein Bluebird. Ach so! Der ist ganz hinten von unten dahinten gesprungen. Mogi! Was passiert? Er ist aber noch zu Morgi angekommen. Das Geräusch von dem Baseballbett. Komplett aus Eisen. Au. Geh mal ein bisschen abgeben. So wie du es in deinem Leben zu Lebzeiten immer wolltest. Ja. Nö. Da war mal die Lieblingsrunde. Fully hat den besten Tod von allen hingelegt. War aber auch, er hat auch so neugierig runtergestarrt. Ja. So nah an der Kante wie er sich noch. Das sag ich in der Ocarina of Time Map erzählt Fully. Dass wir alle, wenn wir oben sind, so was verlangen haben. Der Mensch der mit uns oben ist, runter zu werfen. Ja und ich hab gesagt, nein das trifft auf mich nicht zu. Weil ich dann eher noch mehr Angst kriege. Ja aber auf mich. Auch wenn ich nicht Traitor wäre, ich hätte ihn runtergeschubst. Ja die du. Das war so wie als würde er da stehen mit so einem Schild hinten auf dem Rücken. Kick me oder so. Weißt du, das Problem war, ich wurde runtergeschubst. Ich dreh mich um und denk mir so. Ich hab so richtig diesen Gesichtsausdruck gehabt, dass ich verraten wurde. Und er so, nein hat er nicht gemacht. Hat er nicht. Das war die, das war die Simba-Szene. Er war halt quasi ein richtiger Traitor. Ey ich hab gedacht, Moggy wär Patches in dem Moment. Patches. Patches. Just your old Patches. Just your old Patches. Babe? Willst du die goldene Diegel? Clay is it, Clay is it. Warte, warte, Clay. Komm her. Hab ihn. Ich hab das Cyblight kaputt gemacht und ich werd sagen, Ricky war's. Komm her, Keggy. Warte, warte, warte. Ich warte. Ich nicht. Fuck. Aber ich glaub in mir redest du auch nicht. Wer war das? Fuck. Warum treff ich denn nicht? Man. Au. Seid ihr dumm? Sparta! Wo seid ihr denn? Warum treff ich denn nicht? Sparta! Bave ist es? Ja. Oh man. Ich hab keine Munition mehr. Fully ist es. Also jetzt ist Detective. Ich bin Detective. Ich wollte die Waffe nicht ausrüsten aus irgendeinem Grund. Ey dieses Sparta-Ding, das hat aber eigentlich ne scheiß Reichweite im Vergleich zum Sparta. Ich denke jetzt mal, hä wo kommt der Sound her? Im Vergleich zum Baseball-Bad ist das so schwach. Der Sound kommt irgendwie fünf Sekunden bevor der Kick überhaupt kommt. Warum können eigentlich die Waffen in den G-Bot nicht genau dahin schließen, wo wir mit dem Fahnen kürzen? Du hast in drei Runden direkt in den ersten paar Sekunden getötet. Naja, weil du ziemlich auf Traitor warst und du ziemlich viel Scheiße verzappt hast. Ich hab gar keine Scheiße gemacht. Laberst du? Oh, ich hab den Spartan kick. Das stimmt. Ich spawne direkt neben den Traitor, in den ersten Sekunden tötet er mich direkt. Naja, das ist wohl einfach nur Pech gespawnt. M-A? Ich trau niemanden mehr. Ich geh zu mein Lego-Haus und fertig. Oh, ich war auch im Lego-Haus. Nein. Ich auch. Gleich ist er Traitor, nein. Nein. Komm mit. Hier, komm mal her. Geben wir jetzt. Noch ist nichts entschieden. Ich töte dich. Ich töte dich. Ich töte dich. Ey, die Runde fängt jetzt an. Alter. Und jetzt hab ich keine Shotgun mehr. Äh, Fuli war innocent, ne? Ich hab gehört, wir machen Party im Lego-Haus. Wow. Nein, bitte nicht. Party! 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 Hey! Jaki, ich will Party im Lego-Haus! Was ist hier los? Also ich würde hier rausgehen. Ich merke schon, der brennt's ein bisschen. Hier wird's warm. Aber wir können ja die Party auf dem Dach weitermachen. Ja. Muggie, bist du es? Ja. Echt? Was? Nein. Ja, ich bin nicht. Ja, ich bin nicht. Ich dachte, du dachtest, ich bin Traitor, der sich als Muggie ausgibt. Sowas wie Birch hat, bin ich undercover Maeve oder so. Nehmt ihr noch? Meet me in mein Lego-Haus, Bro. Wie fliegt man denn hoch? Mit Shift, ne? Nee. Hä, wieso flieg ich nicht hoch? Das ist doch scheiße. Oh, jetzt, jetzt. Oh, oh. Nee, doch nicht. Ja, dann fick dich. Alter, schieß sie noch nicht. Jetzt kommt mein Lego-Haus. Hallo. Au. Sehr gut. Das war der falsche Eingang. Hallo. Ah, du bist... Oh nein. Ich bin nicht Traitor, ich bin nicht Traitor. Wer ist der Detective gerade gewesen? Oder... Das sind Chilis. ... ... ... Chilli! Lass mal gut sein, Chilli. Alles gut. Entspend ich. Warum ist die leer? Ach, Mann. Ich glaube, das war aber nix. Langweilig. Wooo! Mei, wieso kommst du runter zu mir? Können wir mal drüber reden, was scheinbar niemand aufgefallen ist? Ja, aber ich meinte ein Traitor, richtig. Können wir mal über das Sache kurz reden? Ricky stand anfangs der Runde da und hat gesagt, wie kann ich mit dem Jetpack fliegen, muss ich Schiff drücken? Er war aber im Lüftungsschall, muss man fehlere Weise sagen. Nein, ich war im Lüftungsschall, das war nicht mit dem Jetpack. Achso, ich dachte, okay, okay. Ich dachte, du meintest das Jetpack. Ja, genau. Mit dem Jetpack weiß ich. Können wir mal drüber reden, dass mich Keggy eiskalt umgebracht hat und es einfach niemanden interessiert hat? Ich hab doch am Anfang gesagt, ich hab Fully getreten. Du hast es provoziert, er hat gesagt, er wird dich umbringen, wenn du da reingehst. Die Runde war gerade angefangen. Ich konnte nicht mehr rausgehen, er hatte mich in die Ecke gedreht und hat mich einfach abgestallt. Ich hab 20 Sekunden vorher die ganze Zeit gesagt, geh raus. Ich möchte keine Wunde neben einem anderen starten. Okay, ich hab noch Zeit. Du hast dein Grundstück betreten, dort solltest du nicht, ohne sich geweigert zu gehen, also darf er dich erschießen. Richtig. Long live America. Jemand, der das Grundstück eines anderen Mannes betritt, hat es nicht verdient zu leben. America. Ich glaube, Moritz Fall ist ein gutes Gesellschaftsspiel. America, fuck yeah. Hey, 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 wer, 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 wer? Ach, du. Halt mal Luft, Jungen. Richtig, Richtig, wie sagtest du das? Hey, 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 hey. Du bist doch unsere Zeit. Welche Zeit? Ja, die Partzeit. Du bist doch unser Partmanager. Mach ich nächstes Mal wieder. Ich hab die Uhr nicht offen. Okay. So, Fully. Erklär doch mal, warum du den hier getötet hast. Bin dann getötet. Mhm. Bin dann getötet. Und Clay, warum snaps? Clay, auf wen schießt du da? Ich hab Fully getötet, weil er gerade low HP war und jemanden angerufen hat. Okay, gut. Komm, wir gehen runter, Richtig, und gucken das mal. Wir gehen nicht. Einfach die Muggi in der letzten Runde getötet, ey. Das ist aber... Ne? Das ist nicht, ne? Wir machen ein Minigame. Aufm Legodach liegt ne golde Diegel. Trader. Also wer das haben will. Okay. Alles klar, gut. Aufm Legodach ne golde Diegel. Aber Clay, ich hab ihn ja schon identifiziert gehabt, ne? Also ich weiß nicht, wie safe du da trotzdem bist, ne? Ne, ich hab gesehen, dass Fully gerade ne... Oh nein. Was passiert? Ich hab nen Boyen gehört. Jemand hat mir so ne Strungmine gelegt. Was passiert? Ich hab gedacht, was ist denn das aufm Boden? Wie man auch das, oh nein, gehört das. Wow. Ey, das ist Ricky, das ist Ricky. Wieso bin ich das denn jetzt? Mal sehen, also... Mech bin grad tot. Das heißt... Ja. Fully ist tot. Das heißt, du bist sofort tot. Keggy ist Traitor. Oh nein. Okay, ich bin tot. Ich war die Hektik. Oh, die fucking Spurfeder. Boyen gehört. Oh nein. Das ist so richtiges, ach nö. Oh, 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 ach nö. Dieses Boyen-Geräusch davor noch, wundervoll. Guck mal, liebe Freunde. Das war's für den Part heute. Ich hoffe, die beiden bis zum nächsten Mal. Ciaoiii. Meine Goldene Diegel hat keinen Alkohol. Ich wollte sie Alkohol kriegen. Es tut mir leid. Ich hab sie gesehen. Ich wollte mit dir spielen.